Und dann ist auch Ruch. Und Ruch, ey. Können nicht die Zuschauer jetzt eigentlich hören? Ja, die können uns beide jetzt hören. Naja, klar. Oder hört ihr uns? Sagt mal im Chat Bescheid, ob ihr uns jetzt hören. Können wir jetzt gleich joinen, weil ich muss jetzt glaube ich erst mal meine komische Start-Mission. Hast du mich? Ja, ja, ich höre dich. Oh Gott, das ist leicht über... Immer ran damit. Stoff und Bellen? Hey, immerhin ist das Spiel noch nicht abgestürzt. Das ist schon mal cool. Skip. Weg damit. Fast. Wann kommst du, Tobi? Bist du schon da? Äh, warte, warte, warte. Ja, ja, ich muss noch Mission annehmen. Hast du aber auch so Sushi-Wollen machen? Sushi-Wollen? Ich kann auch Sushi-Wollen machen, klar. Sushi-Wollen. Sushi-Wollen. Komm, lass mal Sushi-Wollen machen. War auch Schmielsteuerung wieder. Ich darf es natürlich auch fühlen. Sushi-Wollen. So, warte, ich guck mal, ob ich dir schon joinen kann. Glaub ich such mal, wenn ich ein Safe-House habe, dann kann ich doch wahrscheinlich auch in dem Safe-House... Ähm, ich kann noch nicht deiner Gruppe joinen, muss ich erst noch die Mission hier machen. Ähm, Medizin-Dinger, oder? Ja, Safe-House, wenn du aus der Munitionskiste das Zeug holst, dann bekommst du auch die Medizin, Ja, der ist böse, 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 die sind böse. Böse sind jetzt. Komm, gib mir den Scheiß. So. Ja, ich muss hier noch schnell die Startmission durchrödeln, dann komme ich. Weil die kann ich natürlich nicht mit dir zusammen machen. War ja klar. Oh yeah. Aha. Oh wow. Yeah. Mhm. Alright. Was bringt mir das Zielsfeld irgendwo da drauf? Naja, jetzt, wenn du dann zielt und rechten Stick drückst, dann hast du wirklich ein Visier. Genau, aber das ist also aus dem Ding ist vorher nicht immer eigentlich besser. Ja, nee, nicht wirklich. Schätzchen, ich habe schlechte Nachrichten. Ein paar sehr nette Leute werden vom Ziel dran als Geil denn festgehalten. Oh, Schätzchen. Ist aber echt schade. Texturen vom Hohen. Texturen des Grauens. Tatsache. Richtig räudig. Tatsache. Die Katze schaut mich so böse an. Ich glaube, die fällt mich gleich. Ah! Ist normal. Guck, 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 immer böse. Guck, immer böse? Ja. Ernstlich, serious, Kat is serious. Der Dickel guckt immer böse. Tadib böse? Nein. Oh, Tobi, da sind böse. Sie kommen sofort zum Helfen. Oh, ich habe eine G36 gefunden. Nach zwei Minuten Spielzeit. Nice. Gucken, wie die ausschaut und ob die taugt. Aber sie hatten natürlich keine Chance probiert. Ja, es ist alle weggerotzt, ne? Ist klar. Na, war alles klar. Na, bin alle. Ist alles klar. So, packen muss ich hin. Raus. 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 Kommt, vor allem. Geht schneller, wenn ich einfach alles durchrödel. Ich hole uns mal eine Safee-Hood, okay? Safee-Hood? Da kann man sich ja anlehnen. Sicher auch, sonst würde ich gleich ein Kind kriegen. Oh yeah, baby. Alright. Sausage or lag. Das war ein schönes Spiel damals im Internet. Sausage party? Nee, wo diese Bilder von Beinen waren, musste man entscheiden, ob das jetzt Beine sind oder... Ach, Beine oder Würstchen. Naja. Ich lag zu 99% immer falsch. Es war meistens Würstchen, wenn ich... Ja, mei. Oh, Würstchen. Nübbelung. Ah, es weiß nicht. Warum ist das so ein weiter Weg? Hier. Lauf, Forrest, lauf. Run, Forrest, run. Nübbelung. Jetzt bin ich in der 5 Klasse und jetzt bin ich bei Division. Bei Division den E-Spec-Rucksack bekommen, weil er so cool ist. Ja, das sieht sehr aus wie so ein E-Spec-Rucksack. Warum muss ich denn jetzt die Tunnel runter? What the fuck? Hast du das auch gemacht? Bist du auch in die Tunnel gegangen am Anfang? Ja, der was ist? Bist du am Anfang auch in die Tunnel gegangen? In die Tunnel? Ja, nee, ne? Komisch, ich habe hier andere Missionen als die. Ist das denn toll? Ja, frag mich nicht. Ach doch, da war irgendwie so eine Art Tunnel, war auf jeden Fall. Ach so, okay. Ich weiß nicht, ob das halt nicht böse ist. Ähm, die keine Ahnung, das war irgendwie so, 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 ja. Ach doch, passt schon, ja, ja, die Mission hast du auch gemacht. Ich war jetzt nur gerade verwirrt. Wie fühlt mich das Teil denn? Ach so, ist schon. Komm, bist du böse? Ne, ist auch nicht böse. Secure der Erde, ja. Ich habe die Müllabfuhr gefunden. Ihr faulen Schweine. Was sei der? Bist du von der Müllabfuhr? Schau dich mal um. Uh. Ich bin hier von der Müllabfuhr, hat mich komisch angestöhnt. Hauch. Autsch. Oh Gott, zieh die langsame der Pistole. Bopopopopopopoppopop. Bopopopopopopophm. Bopopopim. Bopopeng, yeah. Bopopeng. Da ist auch noch einer. open to door und dann bist du so weiter eine mission bin sofort soweit dann muss ich diesen blöden abspann kurz gucken und dann haben wir diese kurzen zwischenzequenz scheiße der abspannen anspannen abspannen anspannen flex den bizeps braun sushirole einmal sushirole bitte alle ist das safe house weit weg da müssen wir schauweit laufen parkour super kurisch unterwegs sicheren bereichen sicherer bereich ich komme auch nicht so was bringt mir der jetzt hat kannst du mal klären also ich da ist neun das ist so eine art safe point hast du gemeint und don't cry for me argentina im haus kannst du jetzt ganz einfach so wenn du da rein gehst das ist sozusagen ein neuer safe spot und wenn wir jetzt in der umgebung stirbst dann startest du da wieder und da bekommst du munition und hast händler und so ein zeug halt ne ja das spiel hat mir versucht zu erklären ich hab's wirklich er war 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 mir zu anstrengend ist gibt mir neue einsätze baby das auch mal haben wir noch irgendwas gehabt ist wirklich ausziehen ist warm ist doch ganz schön manche und da ist schon ausgezogen jetzt wird richtig geil der router king der router king ich möchte mit ihr reden hallo ich habe ich habe leider kein kein zu wenig bald ein bisschen kann man ich habe ich aus dem lkw wie viele leute konnten den jezen schiess wer aus dem Wanderer der Karte das ist das ist Wurzeln Wurzeln und man ist für mich ins Aller wenn du wartest die nächste Mission kann ich gleich mitmachen ja meine gleiche auch ein der auch mit ihrem Kreis bekommt nein 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 Lala lala und schießt jenen hund die witzige euren der vor dem fahrrad erschreckt aber es auch wo vor und ist doch gar nicht so leichter immer noch pro machen und dann selber die ganze naja ich habe stoffe entdeckt du huren kind wenn du jetzt stirbst ich mache dich und hier drin ist voll viel irgendwie verstehe ich da was nicht oder versteht alles weg gemacht wie was was verstehst du nicht und das ist nicht verstehe ich verstehen was passiert aber wie komme ich jetzt einen zweiten stock ich würde gerne in den zweiten stock muss die treppe hoch das wird meistens in den ersten und zweiten stock ach äh äh ja was was man glaubt es kaum darauf bin ich noch nie da gibt es wirklich den treppe ist ja krass ich habe jetzt gar nicht gedacht siehst du mal ich habe was gelernt Pumpgun Action yeah yeah Pumpgun Action yeah 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 mit der Pumpgun in der Hand man Gott sei Dank man gibt's ne Pumpgun überlebensratgeber 300 EP extra ja das ist so collectibles die du sammeln kannst collectibles ich mache jetzt gerade alles auf und wo ist das ich habe ne Hose fallen lassen ne Hose ist deine Hose verloren warum hast du deine Hose verloren achso ne das ist nicht die Hose das war nur das Package man ich dachte ich habe ne Hose oder so das ist wahrscheinlich in den anderen Raum boah diese beschissene Lauferei aber du bist überhaupt mal in den Live-Modus kommst er ist doch kacke alter schneller schneller Level 3 Gott sei Dank man gibt's ne Pumpgun hab ich eigentlich irgendwie so ein Limit was ich tragen kann Limit? wie meinst du mit Limit? ich freu mich an alle Schränke aus steht hinten auf deinem Rucksack drauf wenn du was einsammelst ich glaube 35 Slots hast du für Klamotten und sowas wenn du aber so Staff sammelst 0 von 30 ja wenn du so Staff sammelst wie zum Beispiel Dosen oder so dann hast du halt für diese Verstärker eine Maximalzahl normalerweise 5 oder so glaube ich von jeder Sorte halt ne und Munition ja klar gibt's auch nen Cap da hat jemand Blumen vergessen die verwelten einfach nicht so seit Jahren das sind die krassesten Blumen aller Zeiten krass klasse 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 bei mir läuft erstmal Werbung läuft so ja da 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 bei Division ja bei meinem Channel das ist wunderschön überlebenswert nur für 1995 boah ich muss echt noch diese ganze beschissene ok du kannst echt noch Mission machen ich muss noch diese ganze Mission machen wo eins Stoff eins Stoff was ist das für eins Stoff naja ich das ist mit diesem Kreis und so das schließt sich noch nicht so ganz irgendwie was was für Kreis ja so Kreis und sowas ach so ach so komm ich jetzt dahin so alle weg alle weg alle weg ach das mal echt noch so ne mini instanz machen muss bevor es hier weiter geht das echt ätzend Rucksack hä ich steh mich wahrscheinlich jetzt wieder so unendlich dumm an ich da außen rum oder was oder wie oder wer wie auch nicht aber ich würde sagen wir die Mission bis du kommst wann kommst du denn? bist du bald da Tobi? kommst du? bin bald da so ne was soll denn meine A1 ist das? ich sag's hier da rumst irgendwas ganz komisch es ist als wird Godzilla durch die Straße laufen was sind wir das? ja da hat er was im Spiel oder? oder hier? nein in Erlang in Erlang rumst warum ist mein Stream so dunkel? ich versteh's nicht warum ist dein Stream so dunkel? ohhh warum ist dein Stream so dunkel? der ist echt scheiße dunkel jetzt soll ich mal neu starten oh leck ich hab den hinterer Eingang starten nochmal neu wenn wir dann endlich zusammenspielen können nice ja bis dahin habe ich keine Lust mehr zu zocken ist dein Pisschen ja ja ich weiß hm leck ich hab's raus ich bin so krass ich kann so krass laufen hallo 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 ist jemand da lebt hier noch jemand hallo 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 macht das Handy da am Boden das ist